ist mir erstens das Grund so macht es mir erstens scheißegal und dann stimmt das nicht was du sagst das macht keinen Sinn weil wenn ich zum Beispiel ein Video hochlade und ich sage nicht irgendwie tschüss oder sowas und dann lade ich das andere Video aber nicht hoch dann beendet sich das Video einfach so dann gucken die Leute sich das an oder auch nicht, wie auch immer gucken sich das an und dann hören die zum Beispiel ja blablabla und dann ist zu Ende und beim nächsten Video man kann doch mal sagen hallo vielleicht gucken sich das die Leute ja an immer was ich nur eine Folge am Tag oder so wie viele Klicks hatte dein erstes Video? ich habe keine Ahnung, das war ja das erste äh die schlimme, da wusste ich überhaupt nicht was ich sagen soll da warst du ziemlich ruhig ja zu zweit macht das aber irgendwie mehr Fun, weil man da mehr redet ja das stimmt aber wir sollten uns in dem nächsten Video ein bisschen mehr auf die Zuschauer auch ein bisschen konzentrieren also ja nicht dass wir so viel über private Dinge und so reden ja dann sollen die mal in die Kommentare schreiben, was wir denn so, über was sollen wir so labern über Filme oder Spiele oder ja die kannst du auch gleich mal sagen, äh die soll mal in die Kommentare schreiben, wie die das finden, wenn man das zu zweit macht und dann mit Musik hinten, also entweder alleine mit Musik oder zu zweit ohne Musik und dann alleine mit Musik und dann hast du und dann hörst du da so irgendwie Heavy Metal ich hör nicht so gerne Heavy Metal ich will mal auf ein Heavy Metal Konzert, äh Luca war ja mal auf Wacken, ne Wacken ist geil wo war der vor dir? Wacken Was ist das denn? Das ist das größte Heavy Metal oder Mettler, äh Konzertereignis der Welt, da sind ganz viele, äh Leute da Hallo, da darf man aber zum Heavy Metal Konzert, darf man erst ab 18, ne Ja, seine Mutter war ja mit ihm da Trotzdem, man darf eigentlich erst ab 18 zu einem Heavy Metal Konzert, weil die, wegen der Musik und wegen, äh wegen Alkohol und dem ganzen da, ne Ja, aber du kannst jetzt nicht sagen, dass es, dass es bei der Lark Parade keinen Alkohol gab Ja gut, da waren aber auch keine kleinen Kinder Doch, da waren Kinder dabei Ja, es gibt immer ein paar Eltern, die das erlauben, so Ja, das ist genauso wie, äh, wie Kinder, die irgendwie elf sind oder so oder noch jünger und sich eine Software kaufen, die ab 18 ist und damit dann im Haus rumrennen und fast auf die Eltern schießen Soll ich dir was sagen, mein Vater und meine Mutter waren mal auf dem ACDC Konzert, ne Ja Soll ich dir was sagen, was die, äh, was da war, also Das war abends um 23 Uhr, ne Und da waren Kinder im Alter von sieben Jahren da War das in der Woche? Es war, ja, das war so Donnerstags Ja, das ist unverschämend Und ich frag gleich mal meine Mutter, ob ich an ihrem PC darf, äh, installier ich mich kurz skypen und dann können wir über, äh, dann können wir zusammen und dann können wir wieder machen und dann kann ich auch besser zocken, ey Ja, aber ich beende dann die Aufnahme nicht, ne Nein, musst du auch Du kannst dir denn eine Folge wieder alleine machen In der fragst du dann, wie die das fanden, wenn man das zu zweit macht und dann in der nächsten Mal mach ich wieder mit Ja Oh, ich muss mir die danach nochmal angucken und dann den Titelnamen für die, die wir uns finden Ey, auskundschaften kann man doch nur mit Kundschaften, also mit Speeren, ja Ey, hast du irgendwen aus meiner Umgebung eingeladen? Nein Gut Gut, weil ich jetzt irgendwen angreife Oh Warte mal kurz, bevor du wen angreifst, greif mal, äh, Tobias Wico an Welches, äh, wie viel Punkte hat der? Warte mal, ich, äh, ich leute den Bericht mal an dich, dann kannst du ihn dir angucken Boi Tomus Soll ich dir was sagen? Bei mir um mich herum sind ganz viele Stufe 500er, Stufe 700er und ab Stufe 400 geht das bei mir überall los. Ja, bei mir ist einer der höchsten um mich herum 792. Alter. Wie vieler Platz bist du? Rang, keine Ahnung, Rang 583. Okay. Und du? Und du? 479. Okay. Boah, hab ich heute einen los. Sagst du dann gleich Bescheid, wenn wir die Aufnahme weitermachen? Ist schon die ganze Zeit. Ja? Fünf Minuten lang, ja. Also sind wir schon mitten in der Aufnahme wieder. Ja. Lol. Lol. Nächstes Mal sagst du mir, wie du schreit. Naja, wenn ich immer so sage, 3, 2, 1. Hast du ja nicht. Hast du ja nicht. Hast du mir den bericht geschickt? Ja, hab ich dir den bericht geschickt. Es ist ja. Es sind ja. Es sind ja. Also, du rötst ja mal bei Nachrichten. Guckin ja. Es sind ja. Ja, der. Warum hast du dein Dorf minus 001 genannt? Naja, das ist halt das erste Dorf. Ja. Ja, die Folge geht sieben Minuten, das ist okay. Ich mach jetzt mal auf Stop und dann kannst du das mit dem PC machen. Also ich beende jetzt die Aufnahme. Tschüss Leute.